Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Youtube-Video auf meinem Kanal, wuhu! Weiß ich nicht? Das war schlecht. Hi Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Youtube-Video... Oh, das war das... Nee. Also Leute, wir haben was richtig geiles geplant. Und zwar werde ich gleich auf diese Karten zwei Optionen schreiben, was wir machen können. Und dann wird Emilia das ziehen. Ich glaube ihr kennt das schon. Und dann machen wir das, was sie zieht. Okay? Ich hab ja kein Handy checken sollen. Hör auf jetzt. Hast du Bock? Ja. Das Lieder. Mach es! Mach es! Ich glaube ihr es gecheckt habt, aber ich brauch jetzt richtig viele Youtube-Videos. Deswegen werde ich jetzt liken und die Glocke aktivieren und... Abonnieren. Genau. Na du? So Leute, Mia muss jetzt eine dieser Karten ziehen. So Leute, das heißt wir machen uns jetzt fertig und gehen schnell was einkaufen. Zeig uns deine Dance-Moose. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! So Leute, du kannst noch eine Karte ziehen. Entweder suche ich mein Outfit selber aus oder du. Scheiße. Die soll ich anziehen. Die Jacke, die du anfangst. Die soll ich anlassen? Mhm. Und die drüber. Eine Wester? Ja. Welche Schuhe soll ich anziehen? Die hier. Oh nice! Die nehm ich mit, verkaufe ich und krieg ich auch eine Hilfe. Sieht aber krass aus eigentlich. Hä? Oha? Sieht nice aus. Oh. Pssst, wir machen ein Outfit-Check. Los, zeig. Oh, girl. Das Outfit hat mir herausgesucht. Traust du dich nicht? Ja, mach mal. Hallo! Ich renne jetzt von dir weg. Wieso bist du eigentlich so hübsch? Guck mal hier. Ja. Dreißigste. Was, Bruder? Ja. Geil, guck. Wie doch, ich freu. Du bist so süß. Okay, welches nimmst du? Das hier. Okay, ich nehm das. Dann entscheidet sie auch noch, was wir trinken. Nimm mal oben. Hast du euch gesehen? Nein. Mann, nein. Welchen willst du? Ich. Okay. Ich hab den hier, Leute. Cheers. Cheers. Leute, wir sind jetzt endlich zurück und können jetzt unser Sushi noch essen. Aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil wir müssen in 30 Minuten spätestens los, weil wir dann in die Stadt fahren. Und da spielen wir dann noch so weiter. Jetzt geben wir uns erstmal unser Sushi und nebenbei beantworten wir noch die Fragen, die ihr uns bei Instagram gestellt habt. Weil ich hab ja gesagt, dass ich vorhin eine Story gemacht hast. Von wem hast du die Stäbchen, kannst du mal sagen? Von Ben Ben. Wir sind Geschwister. Nur weil ich schwarz bin und sie weiß ist. Heißt das nicht, dass wir nicht Geschwister sein können, oder Amy? Ja. Sag's gut. Mhm. Mhm. Nächste Frage. Ich bin 10. Hm, geworden. Nächste Frage. Fest. Boah. Geil. 1,75. Nicht so rot. Wo bist du? 1,75. Vielleicht so 1,40 glaube ich. Was ist, was? Was war das Gruseligste, was euch je passiert ist? Weiß ich nicht. Ich bin mal in einen gefrorenen Teich gefallen. Also ich bin da drauf gelaufen und der ist eingebrochen. Das war richtig gruselig. Ich dachte, ich sterbe. Oh, das ist eine gute Frage. Endlich. Wie ist es für die kleine, zwei große Zwillingsbrüder zu haben? Und warum? Mann, hab ich Geburtstag. Wann hast du Geburtstag? 9.2. Mann, hab ich Geburtstag? Ich kann das nicht vorlesen. Ihr seid so gestört. Hat sie einen Freund? Hast du einen Freund? Nein. 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 Doch, ihr Freund heißt ***. Nein. Nein, das schneidest du aus, bitte. Wir gehen jetzt live. Bei TikTok. Ich war nur nie live. Doch einmal, und das war ich zu kurz. Das sind die erste Videos. Dankeschön. Nein, ich hab nicht gelesen. Oh, nicht so schnell. Ich hab morgen Geburtstag. Ja, ich kann dir jetzt auch nicht gratulieren, ne? Nein. Ja. Scheiße. 1.100. Okay, krass. So Leute, wir haben unseren Zug noch geschafft. Und schaut mal, wer jetzt hier ist. Der Justin. Der Justin. Der Justin. Der Justin ist da. Ich hab grad schon wieder keinen Bock mehr. Irgendwie so von 0 auf 100. Du bist immer abgefuckt. Das schreibt jeder, dass du abgefuckt bist in meinen YouTube-Videos. Ich weiß. Zeig noch, was ihr drauf habt. Okay. Woo. Oh yeah. Geil. So Leute, jetzt wird's wieder ernst. Möchtest du einmal ziehen? Ich würde unten ziehen. Kriegst ein Eis. Ich weiß ja nicht, ne? Justin hat ja jetzt schon ein Eis. Jetzt muss ich wieder gucken, ob Emilia ein Eis kriegt. Ja. Na? Ich sammle auch. Oh. Nein. Wir haben einfach kein Eis kriegt. Oh nee. Was soll ich jetzt machen die ganze Zeit? So, die haben jetzt ihre Kugeln Eis. Gönnt euch. So, das sind die letzten zwei Karten wahrscheinlich, die Emilia heute zieht. Leute, mir ist einfach jetzt erst aufgefallen, dass sie da einfach schummelt. Mal sehen, was du ziehst. Oh, ich wollte essen. Lass mich ins Kino. Ja. Diese Motivation immer, ne? Okay, sagt Hi. Hi. Mit der Gang unterwegs, Leute. Der ist rich. Leute, die Mitarbeiterin hat uns gefragt, ob wir hier leben, weil wir hier so oft sind. Ja, das geht aber auch gar nicht. Die ist da. So, Leute, wir sind jetzt raus aus dem Film. Emilia, wie fandest du ihn von eins bis zehn? Zwei, drei, drei, sieben. Sieben? Und du, Justin? Sieben oder so. Wir sind jetzt noch mal kurz hier auf The Left Show. Und hinter mir im Kino saß ein komischer Junge, der den ganzen Film kommentiert hat und sich die ganze Zeit über meinen Sitz gelehnt hat. Das ist für dich, Junge. So, Leute. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach gar kein Outro gedreht habe, weil ich schlage gerade das YouTube-Video. Und ja. Wenn euch das YouTube-Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wer bis zu euch noch geschaut hat, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Leute, ich habe ein cooles Video geplant. Ich mache bald ein Room-Makeover. Richtig mein Zimmer mit euch ein. Yeah. Ja. Ja.